Hallo Euer, mein Küken und herzlich willkommen auf dem russischen Kanal und zum kleinen FNAF-Stein-Gamer. Ich wünsche uns haben, die Demo steht ja groß dran, aber ich kann es lesen, du Penner. Von FNAF Project 1987. Ich habe mal das Spiel 1987 gespielt, durchgespielt. Und wenn wir schon was das jetzt ist, fredbeer ist high, you mean. Night one. Troll für ihn. Es ist Pizza, auch Pizza. Pizza, Leute, ich würde sterben für eine Pizza. Fünf, sechs. Pizzen. Wir haben ja Dora. Jo, ist gut, ist gut. Hey, willkommen zu fredbeer's Family Diner. Your family is going to have... Ich habe kein Licht, ich habe gar nichts. Uh, great. Time. Listen, this job sucks. I don't want to show you that. Basically, I want to do a few of them in the electronics zone enter your arm. So, schon habe ich hier keine Live-Funktion. Check the cameras, turn on the lights, that's it. The night ends at six. I'm too sleep deprived of two even. Good night. Yo. You should get to be 250 a week. What? That's about all you need to know. We'll be back tomorrow. And, uh... Yo. You should get to be 250 a week. Uh, uh... Night. Fehlt da einfach. Good night. Er ist schon schnell fertig, ne? Die Mane. Wie gesagt, ist die Demo für den Project 1987. Pro-Demo. Im Prinzip. Herr, ich habe schon so viel Power verloren. Verstehst du? Oh cool, Mensch, woher ich was da machen muss, ja. Noch sind sie da, ne? Aber warten wir mal, ne? Bis die Honks kommen. Dann lassen wir uns mal überraschen. Immer so schön Sachen, ne? Überraschen lassen. Ich mache keine Überraschungen. Ich habe keine Überraschungen. Look at that. What's that? Nice. Ich kann mal in den Monitor gucken. Ich habe mir hier die Mut... Der Rohstie hat mir gerade das System überlöstet. Nice. Ich hab's kaputt gemacht, das Spiel. Juhu. Damage. So wie die Musik mitgehen. So kann man es sich leichter machen. Ja Entwickler, da müssen wir wohl noch ein bisschen arbeiten. Ich habe es kaputt gemacht. Der Rosti hat es kaputt gemacht. Wer hat es kaputt gemacht? Es funktioniert ja hier alles. Wenn ich in die Kameras gucke, bringt mir ja eh nichts. Die Musikbox ist ja hier. Von dem her wird es uns ja mal ein bisschen leichter gemacht. Aber ich glaube gar nicht, dass einer kommt. Oder? Seid mal ehrlich. Meint ihr, es kommt einer? Schreibt es mal in die Kommentare. Bevor es jetzt weiter geht. Ja, hallo. Ja, Leute. Nein, wir schweigen. Ich bin wieder kein Gimmick da, der Sohn. Ähähähähähäh. Die Stimme was sagt, dann bist du am Allerwertesten. Sieh. Lustig. Wie ich es immer wieder schaffe. Entweder die Spiele zu verarschen oder ich mache sie kaputt. ja hallo jemand zu hause so viel action habe ich mir nicht vorgestellt aber ob es kann ich jetzt die strafe, dass ich es kaputt machen Thanks for playing the demo get the full version for the complete 5-day experience plus or plus two unlockable modes of gameplay Really? Komm ich zurück ins Video? Warning Please hold the line Ja Freunde Ich hätte mir ja gewünscht oder gewünschen dass man wenigstens eine Animatronic sehen Ich bin mal gespannt wenn die full version rauskommt In dem Sinne das war FNAF Project 1987 Ich würde mich freuen wenn ihr wieder einschaut werdet auf dem Maus egal Bitte bewertet doch dieses Video Schreibt was in den Kommentaren Und falls ihr noch kein Abo habt ein Video aufs Köpfen drückt Press den Headbutton vor Subscribe Und dann genieße es rein Und dann genieße es rein und Enchöre ihr life